Where is that�� Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Nier Replikant. Ähm, ja bevor wir in Adlerhorst weitermachen, äh, wollen wir eine Nebenmission abschließen. Die Blumenhändlerin möchte ja Dünger haben und zwar diesen Extradünger. Davon müssen wir drei Stück kaufen. Kostet uns 900. Und ja, den bringen wir jetzt. Wir sehen uns gleich in unserem Heimatdorf. Bis gleich. So, bin ich ja mal gespannt, was unsere Belohnung sein wird. Immerhin habe ich dafür 900 Goldmünzen ausgeben müssen. Ich erwarte mindestens 1000 von dir. Oh, nett, danke. Tötenzwiebel, extra Dünger und 2000 Gold. Das hat sich doch gelohnt. Okay, Leute, dann geht es jetzt weiter zum Adlerhorst. Den Weg dahin werde ich jetzt mal nicht rauscutten, weil ich da gerade zu faul zu bin. Außerdem ist der Weg nicht so lang. Vielleicht können wir ja dieses Mal... Ich habe ja gesagt, ich mache eigentlich nur eine Mission pro Part, aber wenn ich schon auf dem Weg bin, dann versuche ich mal, dass das Paket diesmal heiler ankommt. Vielleicht gelingt es mir ja. Ich bin da ein bisschen pessimistisch, aber okay. Aber ich bin ja ein bisschen stärker geworden. Stufe 9. Mit den Wildschweinen werde ich mich trotzdem noch nicht anlegen. Oh Gott. Warum sind das auf einmal so viele? Guck doch die Massen, die da laufen an. Weil ich stärker geworden bin, oder was? Du sollst die Schafe nicht anvisieren. Du sollst die... Die Idioten hier anvisieren. Ja, es ist schon gebrochen. Okay. Aber warum sind das so viele? Passiert das, weil wir in der Story weiter voranschreiten und die Schatten sich weiter ausbreiten? Weil es waren definitiv mal nicht so viele. So. Ein Nationalkräuter haben wir voll. Können wir gerade nehmen. Dann können wir das nämlich einsammeln. Ich war noch tausend Erfahrungswohnen. Dann habe ich Level 10. Wenn ich Level 10 bin, dann können wir mal probieren... ...das... ...große Wildschwein zu attackieren. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level ich war, als ich das das letzte Mal probiert habe. ...aber ich glaube vier oder fünf. Ja, da hinten streift es umher. Die Position ist gar nicht schlecht. Können wir dann wieder umgehen. Geh aus meinem Weg! Ich muss Yonah saveen! Komm her! Du kannst nicht überwachen, wenn du mit Rage verletzt hast. Ich merke schon, diese Nebemission, wo das nicht zertrümmern darf, das wird eine sehr große Herausforderung. Ich darf mich da, glaube ich, auf gar keine Kämpfe einlassen. Einfach weglaufen, die ganze Zeit. Das muss ich da hier oben auch machen. Ah, vielleicht, wenn ich die... Shades! Was hast du hier gemacht? Wir haben gedacht, wir können ihn benutzen. Ja, und ich glaube, ein Herzinfeldes Danke ist in Ordnung, hm? Ja, und das ist nicht passiert. Was hat diese rote Magie-Widerstand? Manche Kinder reagieren nicht auf Magie. Du musst diese Kinder daher mit Regeln... Ach so! Ja, gar nicht schlecht, ne? Die rote Kugel macht die Magie-Resistenz, aber ist egal. Dann greifen wir die halt in Nahkampf an. Du bist doch immer in Schwierigkeiten, ne? Ich weiß nicht, aber sie sind auch alle über die Stadt. Dann müssen wir helfen. Wir müssen helfen. Wir können ein Seel-Verse finden, während wir da sind. Aber Kain hilft mir. Das freut mich. Vielleicht bricht dir das Eis. Was ist denn jetzt los? Was will er denn schon wieder? Den haben wir doch letztes Mal besiegt. Aber sein Schwanz ist weg. Aber er hat neun. Kann ich sie nicht anvisieren? Komm! Oh Gott, das macht gar keinen Schaden! Wenn er sich nicht wert ist, ziehe ich das weiter durch. Jetzt muss ich weg. Das will er sich jetzt nicht mehr bieten lassen. Rot in hell, you fucking asshole. Äh, hast du gesagt, was ich glaubst, du sagst? Ich werde deinen Gottverdämmen Augen schreien. Das ist in den Socken. Du bist so süß. Komm, schnell, 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 bevor er sich regeneriert. Oh, dass wir knapp, dass wir knapp, dass wir knapp. Aber geschafft. Geil. Oh. Wir tun Adler aus und Schutt und Asche reißen. Na, hast du schon genug? Anscheinend nicht. Was hast du vor? Du wirfst dich damit, oder? Ich nehme dich an den großen. Du wirst über den Rest. Den Rest. Ach so. Ah, verdammt. Kann ich ja kurz vor Tauen. Ich sollte vielleicht einfach drüber springen. Kommt. Auf dem Weg, ihr kleinen Pisser. Ich muss mal am Ende der Folge gucken, was für Wörter ich alles habe. Ich habe schon wieder ein paar bekommen. Mit wem redet ihr mit mir? Hey, neue Stufe. Du hast uns alle diskutiert. Du hast uns alle diskutiert. Du darfst nicht, dass du dich menschlich nennen kannst. Geh raus! Geh raus! Geh raus! Oder ist es auch von diesem Schattenwesen besessen gewesen? Aber trotzdem... Die hat wahrscheinlich nur einen harten Kern. Die ist wahrscheinlich ganz nett. Kommt hier keiner? Anscheinend nicht. Ich wusste, dass das eine schlechte Idee ist, aber ich habe es trotzdem gewagt. Ich bin die Leiter. Wie komme ich da jetzt denn hin? Ich habe diesen Ort schon mal erkundet. Ich bin auf jeden Fall falsch hier. Deswegen tauchen hier auch keine Schattenwesen auf. Ich muss irgendwie da unten runter. Eine Ebene tiefer. Ich bin eine Ebene höher geklettert, ich muss aber eine Ebene tiefer. Greiner, du hast ja Zeit, ne? Ich will dir ja helfen, aber ich muss erst den richtigen Weg finden. Da ist die Leiter. Ja, hier kommen auch Schattenwesen, alles klar. Verschwindet! Kaine, ich bin entspannt, ich glaube nicht. Scheiße, ich bin eingekreist. Das ist, glaube ich, nicht gut. So, du kannst hier oben eine Kugel zerschlagen. Du bist weg? Okay, dann, lass nur noch du. so lange er hier seinen fuß nicht bewegt bleibe ich hier kriegt das schön der match nächsten schwachbund können wir angreifen und weg damit komm reiß ihn raus ja mein freund leg dich nicht mit dem verkehrten an okay ich soll ihn zu ihr treiben und wie mache ich das einfach hinterher laufen wir werden ja sehr wahrscheinlich wieder schattenwesen auftauchen sega dass ich fast tot bin ich gar nicht willkommen nehmen wir noch mal kraft ich muss wahrscheinlich die dinge alle platt machen also wie viele sind da es sind ganz schön viele nach und nach kriegt die platte ich muss dann aufpassen ich sterbe die doch nicht alle platt machen besser ist es glaube ich nehmen wir noch mal genug davon so mein freund okay ist eine katze nachdem ich den letzten musik habe also muss man wahrscheinlich doch alle platt machen das ist eine katze nachdem das ist eine katze nachdem das ist eine katze nachdem Ich mag sie. Wir sollten sie mitnehmen. Genau. Oh, gut. Wir droppen Arzonalkraut. Das ist gut, weil die habe ich eben hier ja verloren. Vielleicht finde ich hier in den Kissen auch Arzonalkraut. Ja, aber ich bin voll. Dann nehmen wir eins. So, ob sie das mitnehmen können. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Bin ich in eine Sagassa gelaufen? Ne, hier kann ich raus. Okay. Oh, er ist aggro. Er ist aggro. Oh, stampft er jetzt die ganze Zeit, dass ich nicht mehr seine Füße angreifen kann? Ja, tut er. Oh mein Gott, shut up. Dann müssen wir das anders machen. Schau, das ist ja schwer, was ich überzeugt. Der letzte Cup hat mich gewonnen, falls du was vergessen hast, ne? Mann, nein, kann er mal seine Füße stillhalten? Gib mir ein bisschen aufhören. Ah, jetzt ist er still. So, jetzt können wir den Fuß angreifen, dass er auch die Nüsse kriegt. Mann, ey. Mann, ey. Ja, das ist... Ja, das ist... Was ist denn jetzt auf einmal mit ihr los? Kaine, it's me, Grandma. But what? Oh, how you've grown. Kaine, what's wrong? Oh, it bladdens my heart to finally see you again. Grandma? Come, Kaine. Come to your Grandma's side. You've been lonely for so, so long. So much pain, so much despair. Why go on living anymore? Kaine? Is that it? Hmm? Are you finished yet? Don't speak to your grandma, like... You're going to stop talking now. And then I'm going to slowly walk over to you. Cram my hand inside your goddamn bitch ass chest. And pull out your fucking heart! I'm gonna lose you again. I like that. My grandmother would never say that. She'd never told me to give up on life. Never! I've spent my entire life searching for a way to avenge her death. She gave me the strength to deal with this goddamn mutant body. Do you know how long I've been like this? Oh, er fährt sich nicht. Er hat aufgegeben. Kein um die Bälle, kümmerst du dich, ne? Ich mach deine Fotos lang. Jetzt! Komm schon! Komm, 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 bevor er sich reagiert! Ach, komm schon! Das war eine Sekunde, das war ein fucking Schlag. Geil. Und alles nur, weil keine zu blöd war, diese Bälle hier platt zu machen. So, neuer Versuch. Lass mich hier vorbei. So. Oh, jetzt gibt es mir zwei Fäusten auf die Fresse. Tja, ich würde mal sagen, Adler Horst liegt im Trümmern. Sie hat es auch erwischt. Wo liebt sie denn? Ach, da, okay. Wie kommst du da jetzt denn auf einmal hin? Du musst nicht entscheiden, wer lebt und wer lebt. Sie ist in der Leben. Sie hat Sinn und Wert. Und wir werden sie schützen. Jeder hat etwas, was sie leben. Selbst Kaine. Selbst Yonah. Vielleicht solltest du deine schöne Worte für sie schützen, anstatt sie auf mich verhauen. Hoffentlich geht es dir gut. Andra und nicht. Grandma, can I rest now? I'm so tired. Kaine, over here! Don't give up! You're stronger than that! Don't you dare give up now! This woman is more trouble than she's worth. That's it. Come on! You're going to live, Kaine! Live? What for? What? I had my revenge. And now it's over. Oh, now, see here. This is rich. Weiss! We help you in some mad quest for vengeance, and now you think to bid us adieu? How can a fighter so skilled be cursed with such a thick head? A true warrior would fight. They would give all in the service of their friends. Friends? That's right. He's right. Kaine, we're friends now. See here, that was hardly the point. Okay, then what is the point? Kaine, we need your help. Will you fight with us? Fool, you cannot simply ask her outright. There is a proper order to these matters. One must ease into the topic with carefully considered words before commencing negotiations. Book? How dare you? I am Grimoire Weiss, wielder of Arkania. Weiss, then. Do not abbreviate my name. You're an ass. But you're right. I can't just live for revenge. You mean, you're coming with us? These swords of mine need a true home. But you'll do for now. So, Black Skrull got your sister, huh? Yeah, and we need the sealed verses to cure her. Gotcha. What is it? Well, I'm not sure if this will help, but I know a guy who has the same disease. He's a king, actually, and his kingdom has been trying to find a cure for a while. It's possible they may have something. You think they may have discovered a cure? I said it's possible. I didn't say it happened. Anyway, the place is called Facade. It's deep within the desert. We should go check it out. If nothing else, we might be able to find some clues there. Indeed. And if this proves successful, it would certainly make our task a good deal easier. Okay. Aber wo ist das? Ich weiß es noch nicht, Leute, aber wir werden uns das beim nächsten Mal dann ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.